Maschallah. Guck. Yo. Maschallah. So schlau. Gleis 1 Einfahrt S41. Ringbahn. Die habe ich nicht gesehen. Guck. Aus Gleis 2 steht für Sie bereit. S47 nach Stenglersfeld. So, der fährt noch. Die ist ganz neu. Guck. Die hört sich ganz anders an. Die ist auch ganz neu. Die liebe ich. Der auf dem Knopf sind zu. Guck. Guck. Hast du den Ton gehört? Das ist zu laut, oder? Ich mag das Geräusch. Den muss man auch vom Freiten hören. Maschallah. Neukölln. Neukölln. Übergang zur S-Bahn Linie 42 und zur U-Bahn Linie 5. Ausstieg links. Guck. Guck. Auch an der Seitenansicht. Ist so schön. Auch schön hier die Züge. Da kommt schon wieder so ein neuer Zug vorweg. Da sah vorne schön aus. Da vorne war der Zug, der ich halt hinter Gott hatte. Wirklich. Auf wieviel sieht er nice aus? Ja, vielleicht gibt's ja nur den, vielleicht gibt's doch gar nicht mehr. Ne, nur zwei Züge locker, sehe ich hier. Die Strecke hier. Nicht mehr bei der Tür, ich mach das kurz. Auf wieviel sieht man hier gut. Kölnische Heide. Meine Damen und Herren, im öffentlichen Personennahverkehr gilt die Pflicht zum Tragen einer Lunasenbedeckung. Wir bitten Sie, dies in unserem Zug zu beachten. Vielen Dank. Ausstieg X. Kommt um 15.02 Uhr an. Wie kommt das Feld? Guck mal was draufsteht, um wieviel wir ankommen. Um 15.42 Uhr. Kommt an. Ja, wieviel ist das hier nice in den Zug? Der sieht doch verdammt schön aus. Von innen. Der sieht so sauber. Was? Der sieht so sauber, ne? Wie bitte? Der sieht so sauber, den Zug. Ja. Aber vielleicht wird doch gerade mal ankommen. Den Zug mag ich jetzt so. Das ist einfach von YouTube hoch. Das Video. Jetzt wird es dann so. Der sieht so aus. Der sieht so aus. Der hält so ganz normal. Ich möchte die Anzeige haben. Ja, da hat niemand mit drauf, ich würde auch essen, da kannst du nicht hochlaufen. Auch wo ich mit meinen Elternhilfe war, hatte ich auch ein paar Videos mit Menschen drauf. Ach so, ja ich meine, aber das sind keine anderen Menschen mit drauf. Das waren auch andere Menschen, die da drauf sind, mit meinen Elternhilfe. Das ist auch so, aber das hat sich verboten. Man kann die nicht tragen, die Menschen. Das sind Leute, bitte, du hast so. Auf jeden Fall an der Seite, ganz gut. Oh, und gut. Jetzt sind es raus. Auch andere YouTuber. Baumschulenweg. Ja. Auch andere YouTuber hat noch welche drauf. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85 und 9. Ausstieg rechts. Da sind mehrere drauf gehabt. Nach einem kurzen Aufenthalt setzen wir unsere Fahrt um 15.33 Uhr fort. Da sind mehrere drauf. Bis ganz nach vorne, bitte. Exit to the right. Das sind mehr als drei. Na gut. Ja. Auf jeden Fall finde ich den Zug hier nice. Jetzt wird die Anzeige hier. Ja. Die Zug liebe ich hier. Ich geh zum Gelenk. Ja. Wie sieht der sich anders aus. Ja. Ja. Sieht echt klein aus. Der ist nur so relevant. in die Handel ist besser. Ja. in die Handel. Ja. In die Handel kommt. Nein. O... Eskripte. Sieht echt alles. Die Handel. Eskripte. Ich muss richtig. Erke O-K-K-K-K-K-K. Ich darf nur die Zähne zu machen. Dann hier. So, jetzt ist die Farbe verwirrt. So, jetzt ist die Farbe. So, jetzt ist die Farbe. So, jetzt ist die Farbe. Schöne Weide Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 8, 85, 9 und zum Regionalverkehr Zum Flughafen BER bitte hier umsteigen Ausstieg rechts Please change here for BER Airport Exit to the right Thank you 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 There are two Bagger The weeks The manual was I got this one in school today 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 It's a little bit simple you know That one No Well, I got this one in school today No Jaaa Noch ein Zug Oh, da ist hinter uns noch einer Einfach ins Zug, nehmt uns noch einer von dem Zug Leider fährt auch nicht so los Da muss man sich richtig Dann noch ein Ding zu In diesem Ding Oh Oh, hier ist das, was wir? Das ist so cool. ... ... ... ... ... ... ... ... Oberstrengung Ausstieg rechts Exit to the right Exit to the right Exit to the right Exit to the left Exit to the right Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ... 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